Ich grüße euch ihr Lieben hier bin ich wieder mit dem Tagesorakel und zwar für den 31. August 2022 Ja und so schön zum Monatsabschluss darf ich euch wie immer am Mittwoch eine Jenseitsbotschaft ziehen und ja ihr könnt wem auch immer ihr wollt rufen, also das ist ganz euch überlassen oder lasst euch einfach überraschen von der Botschaft und wisst dann instinktiv, intuitiv von wem die kommt oder lasst überhaupt das offen was der Himmel euch sagen möchte aber die meisten wollen doch von jemandem bestimmten eine Botschaft haben den sie zu Lebzeiten ja gut gekannt haben, geliebt haben, befreundet waren, Familie, alles wie auch immer und dann schauen wir mal was da jetzt für eine Botschaft kommt ich warte wieder ob eine springt oder ob ich eine umdrehen darf und dann bitten wir doch die lieben jenseitigen Seelen ja gebt uns eine Botschaft wenn du eine spezielle für dich möchtest ich mache auch Jenseitsbotschaften beziehungsweise auch Jenseitskontakte in einer privaten Beratung da könnt ihr mich gerne auch kontaktieren unten unter dem Video sind meine Kontaktadressen so, oh, was für eine schöne Botschaft wieder wir haben uns im Traum getroffen vielleicht hast du deinen lieben Verstorbenen irgendwann in letzter Zeit ja, hast du geträumt oder es kommt noch, ja, das kann natürlich auch sein dass du jetzt in nächster Zeit mal träumst weil du um eine Botschaft gebeten hast wenn du träumst, kann ich viel leichter mit dir in Kontakt treten daher hast du mich auch gesehen und meine Gegenwart gespürt, während du schliefst mitunter kannst du dich vollständig an unsere Traumbegegnungen erinnern doch manchmal spürst du einfach nur, dass wir zusammen waren ohne dich genau zu erinnern diese Erfahrungen sind real deine Seele reißt, während du träumst und ich treffe dich auf einer ähnlichen Schwingungsebene auf der wir miteinander reden und gemeinsam heilen können diese Traumbegegnungen machen mich genauso glücklich wie dich ich werde dir auch sehr gern dabei helfen deren Bedeutungen zu verstehen also, ja, eine schöne Botschaft wenn du von jemandem geträumt hast von einem lieben Verstorbenen oder eben noch träumst ja, dann seid ihr ganz, ganz stark in dieser astralen Welt in Verbindung ich wünsche euch einen schönen Tag alles Liebe Tschüss, Baba Hej Versuch, Baba